ich grüße euch meine lieben freunde hier ist monika aus virginia und die heutige botschaft soll sich ganz um das annehmen deiner emotionen die sich jetzt zeigen drehen es gibt ja nach hermes tres megistus das hermetische eines der gesetze das heißt wie innen zu außen und wie oben so unten was wir im moment sehen was sich entfaltet auf der erde und wenn wir die entwicklungen auch der gesellschaft sehen die schatten seiten der gesellschaft so sind wir auch jetzt im moment durch das enorm ansteigende licht aufgefordert jetzt wirklich tief ins fühlen zu gehen und dort auch entsprechend wie es auch die jungfrau zeit jetzt mit sich bringt aufräumen klären heilen und reinigen da der mars jetzt in das sternzeichen krebs gewandert ist von zwillinge was uns vorher geistig sehr aktiv gehalten hat und uns sehr viele informationen hat verarbeiten lassen die letzten wochen sind wir jetzt mit dem mars im krebs gelandet und das bedeutet dass wir jetzt emotional angetriggert werden und zwar genau da noch mal wo es hinzuschauen gilt und genau da wo wir dachten das hätten wir schon längst abgehakt und erledigt gerade jetzt die letzte zeit wenn der druck im außen so enorm steigt und ihr vielleicht auch in einer situation seid die euch jetzt existenziell auch unter druck bringt oder emotional in beziehungen welcher bereich in eurem leben auch immer jetzt angetriggert wird so versucht trotzdem zu fühlen um durchzugehen und liebend anzunehmen denn der alte weg das ist das was wir jetzt in der gesellschaft sehen entweder wird es bekämpft und man lässt sich täuschen man schließt sich einer masse oder gruppe an und übernimmt einfach um sich in der sicherheit zu wägen anstatt sich eigene gedanken zu machen und der genuss von konsum von drogen oder sonstigen ablenkungs mitteln medien was auch immer es ist ist gerade jetzt in dieser zeit der nummer eins grund warum wir und andere nicht weiter in die tiefe gehen sollen denn dann müssten wir uns ja unserer urwunde unserem urschmerz stellen und dann wie romi das so schön sagte das herz bricht so lange bis es geöffnet wird dies ist eine zeit die auch sehr sehr herausfordernd für freundschaften beziehungen geschäftsverbindungen und so weiter ist also je nachdem wie gesagt in welchem bereich dies auftaucht jetzt geht es aber auch in diesen tagen auch verstärkt für die nächsten zweieinhalb monate ich möchte mich hier auf die silke schäfer beziehen mit ihrer botschaft heute morgen dass die nächsten zweieinhalb monate jetzt ganz entscheidend wichtig sind auch in die disziplin zu gehen klarheit zu bewahren ruhe zu bewahren und zwar geht es auch hier jetzt verstärkt darum nicht nur dass du dich selbst beherrschst sondern was beherrscht dich denn noch vom innen das heißt wie viel muss hast du noch wie viel solltest hast du noch wie viel ist noch aus dem alten paradigma und wo möchtest du dich befreien wo möchtest du wirklich raus aus diesen ganzen alten programmierungen und aufgrund der reibung und dem widerstand dessen was du im außen findest und wo du gerne da sein möchtest diese diskrepanz die bringt dich vielleicht wirklich in einen druck in eine bedrängnis die dich letztendlich mit deinem inneren herrscher in kontakt bringen also wenn wir nach dem hermetischen prinzip sagen wie innen so außen so darfst du dich jetzt fragen was hat denn noch macht über dich denn wenn wir jetzt im außen sehen dass die alten macht strukturen entweder abgebaut werden oder zerstört werden oder in sich zusammenfallen dann darfst du jetzt bei dir im innen schauen was ist denn da bei dir noch welche alte machthaber welche strukturen deines alten machthabers haben dich denn noch im griff und wenn dann gefühle auftauchen wie alter wut alter ärger alter zorn altes recentment dann hab doch den mut das wirklich anzunehmen auch die nötige liebe zu dir selbst nun ist es natürlich in partnerschaften manchmal nicht so einfach wenn du da in einer reinigungsphase bist und vielleicht dann auch den anderen den partner vielleicht mal nicht so sanft behandelst und liebevoll weil du einfach mit dir selbst so sehr im prozess bist dann habt den mut dich abzugrenzen das ist auch eine ganz starke zeit der persönlichen grenzen der abgrenzung aber auch für dich jetzt zu sehen wie weit möchtest du noch gehen mit mit bestimmten projekten mit bestimmten menschen mit bestimmten lebenssituationen also nimm dir da auch vielleicht mal zeit jetzt am wochenende wirklich rein zu spüren was hat denn da noch macht über dich welche alte machthaber in dir welche ängste auch ängste vor dem system ängste vor bestrafung ängste vor konsequenzen wenn du wirklich aussprichst und wirklich sagst für was du stehst und was du nicht mehr in ordnung findest und ich glaube es ist jetzt wirklich an der zeit dass wir uns von diesen top down strukturen diesen macht strukturen im außen aber auch wie im inneren wirklich frei machen und uns jetzt wirklich immer mehr mit dem herz verbinden dazu ist dieser krebs im maß auch sehr gut weil das ist weich das ist wasser und das bringt den maß natürlich in die verwässerung und dann kann man nicht mehr so kriegerisch aggressiv vorgehen das ist dann eher eine ruhigere zeit wo du dich besinnst wo du wirklich fühlst und wo du vielleicht auch mal so ein bisschen seitwärts gehst auch und dich ab und zu auch mal in dein haus verkriegst wie der krebs das so schön macht wenn er sich in sein haus verzieht also auch hier wieder wenn du spürst dass du zeit brauchst um zu reflektieren nimm dich raus aus deinem sozialen geschehen und nimm dir sehr viel zeit für dich jetzt um wirklich zu spüren und zu fühlen auch was in deinem körper jetzt abgeht und wiederum hier auch die seele dir zuspricht und die signale gibt hier möchte etwas in die ordnung kommen wir haben immer noch kann das auch aus eigener erfahrung bestätigen wir haben immer noch zensieren wir uns wir lieben uns und wir werden geliebt wenn wir anderen gefallen wenn wir lieb sind wenn wir angepasst sind wenn wir positiv sind aber gerade jetzt in dieser zeit mit diesem enormen druck der transformation sind wir doch aufgefordert wirklich ganz liebevoll erstmal alles anzunehmen was sich zeigt und zwar wirklich alles da dürfen wir uns von vielen christlichen konditionierungen auch verabschieden was moralisch ist und was zugänglich ist was zuträglich ist und ich möchte gerne abschließen mit einem wunderschönen ähm poem ähm ähm gedicht von jela leidin rumi dem schönen wunderbaren rumi das heißt das gasthaus und das beschreibt noch mal so schön dieses annehmen dass alles was jetzt hochkommt oder auch von außen auf uns zukommt alles geschenke gottes sind Und wir brauchen uns da gar nicht zu zensieren, denn letztendlich, wenn wir uns selbst zensieren, dann müssen wir es auch nicht wundern, wenn wir von außen zensiert werden. Es fängt also von innen nach außen geht das. Auch die Ermächtigung, die Selbstermächtigung, die Selbstverantwortung, es kann nie dir von außen gegeben werden. Es muss von innen heraus erstarken und durchlichtet sein und von da aus, aus der inneren Stärke heraus, nach außen ausstrahlen. Und dann ist jeder Gast willkommen. Also, dieses wunderbare Gedicht von Rumi möchte ich jetzt zum Abschluss gerne mit euch teilen. Das Gasthaus Das menschliche Dasein ist ein Gasthaus. Jeden Morgen ein neuer Gast. Freude, Depression und Niedertracht. Auch ein kurzer Moment von Achtsamkeit kommt als unverhoffter Besucher. Begrüße und bewirte sie alle. Selbst wenn es eine Schar von Sorgen ist, die gewaltsam dein Haus seiner Möbel entledigt. Selbst dann behandle jeden Gast ehrenvoll. Vielleicht reinigt er dich ja für neue Wonnen. Dem dunklen Gedanken, der Scham, der Bosheit. Begegne ihnen lächelnd an der Tür und lade sie zu dir ein. Sei dankbar für jeden, der kommt. Denn alle sind zu deiner Führung geschickt worden. Aus einer anderen Welt. Das ist ein wunderschöner Abschluss, wie ich finde. Ein wunderbares Gedicht. Das Gasthaus von Rumi. Und es lohnt sich, dabei zu bleiben und diesen großen Prozess der Reinigung immer wieder zu durchgehen. Und liebend, alles anzunehmen, was sich jetzt zeigt. Denn nur dadurch kann es in die Veränderung kommen. Ich grüße euch von ganzem Herzen aus dem sonnigen Virginia. Eure Monika